Ähm... Rein! Okay, zu, Mann! Ich hab Angst. Okay, nicht wirklich, ich bin im Schrank. Ich glaub nicht, dass es viel zu intelligent ist, den Schrank aufzumachen. Ist es weg? Hallo, bist du noch da? Nein, ich bin nicht mehr da. Ah, okay. Ach, diese blöden Kakerlaken regen mich auf, die machen immer so blöde Geräusche. Ich will aber nicht mehr da rausgehen, aber ich muss. Moment. Na? Endlich. So, jetzt kann's weitergehen. Na, mal hier rein. Boah. Boah. Sorry. Boah. Bis zum nächsten Mal. Boah. Da geht es auch wieder mal raus. Kann ich nicht einfach das Fenster einschlagen und rausklettern. Spiel fertig. Interessant. Ich höre komische Geräusche. War das alles hier drin? War ja nichts wertvolleres? Ja. Ich mache die Geräusche nicht. Die Nerven. Hey Öl. Ähm. Toll. Alter, die Geräusche nerven echt. Let's see what you have to offer. Die armen Tiere sitzen hier. Okay. Okay, das ist krank. Das ist krank. Die armen Tiere. Nee, also das geht mal gar nicht. Das ist Tierquälerei. So was geht echt nicht. Alter, was sind das für scheiß Geräusche? Die nerven langsam. Oh nee, da hat ein Hund zusammenge... Das ist ja... Das ist ja mal krank. Der Vogel auch, ey. Alter. Was für ein sadistischer Freak im Ernst. , was ist das... Wow. Ziemlich klein. War das alles, was hier drin war? Ah, ne, da. Einfacher zu beschaffen. Kann ich wieder da raus zu diesen nervigen Geräuschen? Toll. Dafür bin ich jetzt hergekommen. Für eine Sackgasse. Geil. Okay, gehen wir zuerst da runter. Oder... Ne? Ich gehe zuerst da hinten hin. Da geht es zwar runter, da wird wahrscheinlich Wasser sein, aber egal. Okay. Nagerrauben. Oh, doch kein Wasser. Was war da? Da hier ist im Gästeraum ein wichtiger Schlüssel versteckt. Den habe ich irgendwie vergessen zu finden. Suche ich nachher. Wohl. Ne, ich gehe jetzt zurück. Such den, oder? Ne, ich habe keinen. Such den lieber jetzt. Bevor ich da nicht weiterkomme, weil ich irgendwas vergessen habe mitzunehmen, mache ich es lieber jetzt. So, etwa liegt das hier. Schlüssel. Schlüssel. Oh. Oh, jetzt habe ich vorhin auch übersehen. Wichtiger Schlüssel. Wichtiger Schlüssel. Hier, hier, wichtiger Schlüssel. Hier, putt, putt, putt. Haben wir noch ein Kopfkissen? Nö. Wichtiger Schlüssel. Hier, wichtiger Schlüssel. Ich finde dich wichtiger Schlüssel, egal wo du bist. Vielleicht in der Flasche. Nö, macht aber Spaß, sich kaputt zu machen. Hinter dem Bild vielleicht. Oh, 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 so. Ähm. Das sieht irgendwie verdächtig aus. Oh, 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 oh. Oh, da muss ich in den Lagerraum, um irgendwie den wichtigen Schlüssel zu finden. Kann ich mir auch vorstellen. Oh, diese blöden Galakenviecher. Hier, wichtiger Schlüssel. Putt, putt, wichtiger Schlüssel. Wichtiger Schlüssel da hinten dran. Wichtiger Schlüssel. Ich finde dich weh. Alter. Ach, Maschinenraum. Das ist das Ding an der Seite. Ah, jetzt habe ich es kapiert. Wahrscheinlich muss ich diesen Aufzug da irgendwie im Maschinenraum wieder in Gang setzen. Aktivieren oder so. Trotzdem gehe ich erst in den Lagerraum. Was hat er da geschrieben? Die Dunkelheit im Radraum ist merkwürdig und natürlich. Unnatürlich, oder? Falsch. Ja, unnatürlich. Das ganze Spiel ist merkwürdig unnatürlich. Verdammte Scheiße. Mir ist so dumm. Ich mache jetzt alle Lichter hier an, die ich finde. Maschinenteile. Ich will wahrscheinlich irgendwelche Teile finden mit denen. Ey, gibt es wieder so viele Wege, wo man hingehen kann. Ja, natürlich in die Fresse schlagen. Teil eines Bobb. Fuck. Fuck you. In der Dunkelheit wird man geklappt. Hallo, ist hier jemand? Gut, finde ich cool. Nee, ich gehe nicht runter. Ich gehe erst. Licht an. Hier lang. Das wird echt zu blöd. Ich mache sämtliche Lichter an. Okay, langsam habe ich nicht mehr viele von diesen Dingern. Was willst du? Ja, 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 mache ich. Okay, ich habe es echt ein bisschen übertrieben mit den ganzen Lichtern. Aber egal. Eigentlich noch genug Öl und so. Okay. Outsch. 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 Das hat ja mal einiges geklärt gerade. Outsch. 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 Ich höre Leute weinen. Is anyone there? Ja, ich. Okay, hier war nicht besonders. Heul nicht. Was ist hier drin immer so zappend duster. Teile eines bohren. Ich würde sagen so, oder? Oh, alle Teile finden. Okay, gut. Den kann ich mal auffüllen. Okay. Das Ventil ist zu gerostet. Ja, fein. Sonst noch irgendwelche Probleme. Zwei große Fässer. Muss hier nur noch eins sein, oder? Da. Zuge rostet natürlich. Zuge rostet natürlich. Teil eines Bohrers. Ah. Kleiner Tischbohrer. Toll. Kann ich damit die zuhause der Mentil vielleicht irgendwie aufkriegen. Ich probier's mal. Geh zu. Mhm. Ah, Loch rein. So, und jetzt die andere. Was ist das für ein Rumgepinsel? Ist das hier eine Witch, oder was? Ah. Verstecken. Schnell verstecken. Okay. Macht auch nix, oder? Geisteszustand. Ist alles okay. Wahrscheinlich kommt jetzt auf den Rückweg irgendein Viech. Ja. Ach nee. Wie krieg ich das Zeug eigentlich aktiviert? Ah, warte. Ich weiß wie wahrscheinlich. Ähm, Moment. Wahrscheinlich mit... Ehrlich gesagt hab ich keine Ahnung. Aha. Aber wie? Verpiss ich mich halt einfach. Muss doch langsam weit genug sein, oder? Da. Super. Bumm. Hallo. Ohoho. Ohoho. So in der Büchse? Ich brauch noch irgendwas, glaub ich. Hä? Zündschnur, oder irgendwas in der Art. Weil ich viel von den Dinger nicht hier übersehen hab. Ja, Junge. Wie denn? Wie soll ich denn das aus der Ferne zünden? Achso, warte. Muss ich irgendwas dagegen schmeißen einfach? Mit dem Stein. Wird auch die Knochen daneben, aber egal. Toll. Wollte ich aber so nah dran gehen dafür. Super. Ich kann das Zeug auch nicht mehr aufsammeln, sonst hätte ich's mal... Naja. Fuck ey. Hoffentlich hat das jetzt nicht irgendwas Böses angelockt. Hundertprozentig. Licht. Warum machst du das? Geh weg von mir! Ist ja gut. Zehn Stück. Da werde ich noch einige benutzen. Ja, ist ja gut. Hört nicht auf zu weinen. Äh, meins. Kann ich ja mal wieder auffüllen. Aha. Ich geht. Wow! Ah! 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 Ja, geistiger Zustand, alles klar. Mein geistiger Zustand ist nicht glasklar. Puh. Okay, da geh ich erstmal nicht rein. Hoffentlich kann er nicht die Tür aufmachen. Ich wette, dass ich da rein muss. Bleibt da drin, klar? Aha. Klingt lustig. Bitte kein Monster. Schön, Vollteilkammer. Hab ich eh was aufgeschrieben? Ja. Alter, das Spiel macht voll süchtig. Was ist das? Äh, Trinity Dampfstar. Es wird bla 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 irgendwas. Hab ich grad Monster gehört? Scheiße. Okay, ich lese erstmal den Scheiß. Okay. Ich bin mir hundertprozentig sicher, aber ich hab irgendwie grad gehört. Kann nicht kombiniert werden. Okay. Wahrscheinlich mach ich die Tür auf und muss von dem Vieh abhauen oder sowas. Ja, warum hab ich wohl leichte Kopfschmerzen, hä? Ja. Ich mag die Musik nicht. Bleib erstmal offen. Ich mag die Musik nicht. Wahrscheinlich läuft das Vieh jetzt da draußen irgendwo rum. Ah, 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 ah. Ich will mich nicht an dem vorbeischleichen. Oh fuck. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Lauf. Versteck dich. Kann ich irgendwie außenrum? Scheiße. Weißt du was? Ich geh' pissen. Bis gleich.